Hi, heute gibt es ein Unboxing vom Smooth und einen ersten Eindruck. Die meisten von euch kennen ihn sicher. Den Smooth, ein elektrisches Schubgerät, was hinten am Aktivrollstuhl montiert wird und einem das Anschieben spart. Wir machen heute ein kleines Unboxing von dem Ding. Erstmal Klappe auf und unnötige Schaumstoffverpackung auf die Seite schmeißen. So, das ist der Smooth mit seinen ganzen Anbauteilen. Sieht schon mal ganz schön aus in der Verpackung. Ich bin ja hier immer eher umweltbewusst und stehe nicht so auf diese Schaumstoffformteile, aber das scheint man ja heutzutage so zu machen. Also, erstmal den Smooth raus, also die Antriebseinheit und dann mal gucken, ob es eine Anleitung dazu gibt. Ich schaue mir hier nur kurz die Anleitung an, so wie das wahrscheinlich die meisten machen, um mir einen ersten Eindruck zu verschaffen und das Ding mal in Betrieb zu nehmen. So, das Handbedienteil habe ich jetzt auch schon gefunden. Jetzt erstmal alles auf die Seite und das Montagematerial herräumen. Man braucht nur ein paar Imbusschlüssel dafür, um die Halterung an der Hauptachse vom Aktivrollstuhl zu befestigen. Zur Montage gibt es nicht allzu viel zu sagen. Das Anbauteil für die Antriebseinheit wird einfach mittig an die Achse des Rollstuhls geklemmt. Das klappt auch ziemlich schnell und einfach, aber beim ersten Versuch den Smooth einzuhängen fällt mir schon auf, dass die Tasche an meiner Rollstuhllehne hier etwas im Weg ist. Dazu kommt auch, dass die Antriebseinheit vom Smooth, wegen dem integrierten Akku, nicht besonders leicht ist. Aber nach ein paar Mal hat man das Handling drin und es geht wirklich relativ schnell. Jetzt noch kurz die Schrauben gar festziehen und dann ist die Montage der Antriebseinheit auch schon erledigt. So sieht das jetzt aus. Der Antrieb hängt an der Achse und hier sieht man auch ganz gut, dass meine Tasche ein bisschen im Weg ist. Was aber damit zu tun hat, dass ich durch meinen relativ kurzen Rücken die Tasche ziemlich weit unten hängen habe. Obendrauf ist der Einschaltknopf für den Smooth und dann fängt er auch schon zu leuchten an. So, jetzt den Smooth erstmal wieder vom Rollstuhl weg machen. Und den Rollstuhl ganz behutsam vom Tisch holen. So, jetzt zweiter Versuch den Smooth anzukoppeln. Jawohl, geht schon deutlich schneller. Aber das mit der Tasche, ja, gefällt mir nicht so ganz, aber geht halt nicht anders. Jetzt noch kurz die Abnahme durch den Sicherheitsinspektor. Jawohl, genehmigt. Als nächstes kommen wir zum Bedienteil vom Smooth. Hier seht ihr das Bedienteil und die Halterung dazu, die am Vorderrohr vom Rollstuhl montiert wird. Das Teil lässt sich ganz leicht einklicken, sitzt dann auch wirklich fest und zum Entnehmen muss man unten den Entriegelungsknopf drücken. Die Halterung wird mit einer Imbusschraube geklemmt und ich montiere mir das hier ans rechte Vorderrohr so weit oben wie es geht. Das hat jetzt etwas länger gedauert, bis das Teil an der Stelle war, wo ich es haben wollte, aber jetzt ist es gut. Ich habe schon im Vorfeld auf dem Tisch ein bisschen rumgespielt, das Handbedienteil mit der Antriebseinheit zu connecten. Aber irgendwie habe ich mich da scheinbar ein bisschen blöd angestellt. Dazu kommt, dass man hier außen bei der intensiven Sonne auch nicht wirklich die Statusleuchten erkennen kann und somit nicht genau weiß, ob es jetzt verbunden ist oder nicht. Jo, scheint als wäre das verbunden gewesen. Also in Zukunft auf jeden Fall etwas vorsichtiger mit dem Handbedienteil umgehen. Und der Smooth scheint doch recht kräftig zu sein. Also, das sah recht vielversprechend aus. Als nächstes will ich dann selber mitfahren. Ich bleibe lieber mal auf meiner weichen Wiese, damit ein Crash nicht allzu hart wird. Und fange mal ganz langsam an und fahre erstmal ohne Unterstützung und steigere das Ganze dann langsam. Der Sicherheitsinspektor ist natürlich auch wieder mit dabei. Und ich muss sagen, es funktioniert in der Wiese tatsächlich deutlich besser, als ich das gedacht hätte. Nach ein paar Mal hin und her fahren, fühlt sich das Ganze dann schon deutlich sicherer für mich an. Und ich probiere auch schon ein bisschen anzukippen, was ganz gut funktioniert, aber mit dem starken Smooth hintendran doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Das Wichtigste ist, dass man weiß, dass man von außen aufs Handbedienteil drücken muss, damit der Smooth aufhört anzutreiben. Ansonsten lässt sich das kräftige Kerlchen nämlich nicht stoppen. Wie ihr hier seht, macht der Smooth einfach weiter, obwohl ich voll die Bremsen gezogen habe. Im nächsten Video werde ich mir mal die App anschauen und schauen, ob man das in irgendeiner Art und Weise konfigurieren kann. Auch wichtig zu wissen, der Smooth kann sich nicht frei um 360 Grad drehen. Wenn man ihn in eine Richtung eingelenkt hat, muss man schauen, dass er sich in dieselbe Richtung wieder in die Fahrtrichtung ausrichtet. Sonst hängt man fest. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist der Smooth ein modularer und recht kräftiger Elektroantrieb für Aktivrollstühle. Ich werde natürlich noch ein paar weitere Tests damit machen und wie vorhin schon erwähnt, noch ein zweites Video dazu. Ich hoffe, das Video hat dem ein oder anderen gefallen und weitergeholfen. Wenn ihr Bock habt, lasst einen Like da und wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei Dom's Real World.